Ich habe Bock jetzt noch mal das ganze Dorf hier zu clearen ey, ist ja super nervig. Hm. Na komm Scheiße der kommt auf Das drehe ich aber nicht Genau gehen wieder zurück Das drehe ich aber nicht Jetzt ist der schon wieder an so einem Kack An so einer Kackstelle Der geht mir auf die Nüsse ey Gibt's doch nicht Ich komm da nicht rum Junge Gibt's doch nicht Man ey Bringt mir alles nix Wenn der dann zuschlägt Wenn ich da nicht hinkomme Das ist doch scheiße man Dann Oh, jetzt hat er noch einen Helfer, kacke. Jetzt fliegt er aber gerade besser hin, tut langsam den Dreh raus. Na komm, ein Hit noch. Jawohl. Endlich. Und dann hat er nicht mal was gegeben? Ernsthaft jetzt? Jawohl. Jawohl. Lol. Dann hat er nicht mal was gegeben. Hm. Ah. So. Jawohl. Okay. Ich muss mal gucken, also ich will jetzt hier nochmal die Soldaten alle weg machen. Um zu gucken, ob dann hier dieses Gebiet quasi integriert bleibt oder nicht. Ich glaube es zwar nicht, aber mal sehen. Ich kann ja auch so ein paar Punkte farmen. Wo ist eigentlich der zweite Trottel? Ach da an der Ecke. Oh, und ich drehe es nicht wieder weg. Das ist keine Schriftruhe. Ach da oben ist wieder so ein Glaubensding. Ja, da kann ich gleich mal ran. Ja, Gnade berühren. Da geht es dann sicher nachher noch weiter. Aber ich wollte gerne erstmal hier die Sachen überall erkunden. Auf der Seite, wo ich gerade bin. Ja. 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 So, hab ich das jetzt? Freigespielt? Also, ist das jetzt weg? Thorn, tschüss? Nö. Okay, hier in den Süden können wir auf jeden Fall noch gehen. Diesen Ritter, der hier vorne rumläuft, ne? Den müsste ich eigentlich auch noch platt machen. Oh, der hier noch, Alter. Jo. Okidoki. Schön. Wie? Wie? Gott, B. Ich? Ich? Nein. Was ist das? Oh, da kommt noch einer. Nein, 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 nein. Nein! Was tut er denn jetzt her? Oh, zwei. Zwei Reiter, das wird lustig, Alter. Ah, keine Chance, oder? Was hat denn für Typen, Mann, ey? Oh, da liegt aber was. Nein, danke. Oh, der Reiter wird entspann. Der hält ganz schön was aus, der Dude. Da sind zwei von denen. Ich versuche erstmal den da oben zu krallen. Wer kommt denn sonst wieder in die Quere? Alter, wo will der hin? Bluul, hoffenweise Blumen. 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 Das war's. Das war's. Was ist da vorne? Ich weiß nicht, ob das macht, zu Pferde in der Nähe eine Geisterquelle einsprungen, um auf dem Strom durch die Luft zu reiten. Wenn ihr zu Pferde in einer Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus größerer Höhe keinen Schaden. Okay, interessant. Okay, verstehe. Ja, aber erst mal hier weg. Der hat auf mich geschossen da oben, ey. Okay. 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 So, ich muss auf den Reiter warten. Und dann muss ich da drinnen weiter aufräumen. Brauche ich mal diese Zaubersprüche, damit ich auf Range irgendwas ausrichten kann. Okay. 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 So, jetzt müssen wir das mal gucken. Da hockt einer am Lagerfeuer. Da hockt einer am Lagerfeuer. Da ist noch eine Bess. Also ein Wolf. Am liebsten würde ich hier irgendwie rauslocken hier. Ja, komm, 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 komm. Genau so muss das sein. Okay. Das macht nochmal ein Pferd aber ganz schön Damage, ey. Aber ich auch. Oh, jetzt hat er Berserker-Mauke, ey. Ich geh da ab. Ich aber auch. Nix gedroppt, schade. Kommt ab. Oh, da hinten sind ganz viele Wölfe. Kuss. Irgendwas. Ich bringe ihn voraus benötigt. Also da hoch gleich auf jeden Fall einmal. Handbuch des Rüstungsschmieds. Uuuuh. Das könnte wertvoll sein, ne? Was ist das? Kumpf voraus benötigt. Ihr habt's geschafft. Hä? Okay, hier sind ganz viele Wölfe unterwegs. Ich wollte nochmal hier hochgucken. Ah, deswegen. Fragmente. Das war's oder wie? Die Landschaft ist echt geil. Das muss man... Das muss man schon sagen, ja. Hat was. Aber... Ich muss immer noch sagen, ich hab immer noch nicht so richtig kapiert, was ich denn überhaupt machen soll. Also... Erweitertes Handwerk... Erweitertes Handwerk... Äh... Repertoire... 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 Boah, ich kann das gar nicht richtig... Aussprechen. Kann ich... das irgendwie belegen? Nein. So. Das noch ein Reiter habe ich gesehen. Müsst ihr dann mal weiter, ne? Mal langsam aber sicher. und auf der karte noch mal gucken die ruhen die ruine habe ich ja geklärt können jetzt hier unten den bereich noch mal abchecken danach dann wirklich hier weiter ach das ding zeigt mir den weg oder wie diesen fetten ritter müsste ich hier unten noch mal killen aber ich weiß nicht ob ich den pack mit dem fährt eventuell ja ich habe mich erwischt der roman zu verbinden süße rosinen 3 4 5 6 6 7 Was ist das? Wow. Nein, nein, nein. Oh, das war... Aua. Oh Mann, wieso treffe ich denn jetzt? Jetzt aber... Uh, Soldatenrüstung. Ich muss immer noch rausfinden, wie ich die überhaupt tragen kann. Goldene Rune. Uh. Oh. Schön. Check. Okay. Ja, ist okay. 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 Hey. Wow. Jetzt hat er aber noch mal ein Pferd getroffen. Alter. Oh, fett. Das ist schwer. Tschüss. Da habe ich ihn. Ich kann mit der anderen Seite nicht schlagen. Ich bin voll schlecht darin. Da ist eine andere hingerannt. Da wohne. Null. Und tschüss. Boah. Neu. Hier geht es nicht weiter. Ja. Irgendwas drauf. Baum. 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 Achtung, Baum. Goddammit, ey. Das ist noch mal hier. Jetzt könnte ich eigentlich meine Brunnen mal ausgeben wieder. Ja. Zack. Stärke. Hm. Und Kraft. Kann ich nicht jetzt sogar auch ein anderes... Ah. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich kann jetzt eine andere Waffe... Fragen. Jo. Jo. Wieso geht das nicht? Ich kann... Alter. Ich kriege bald einen Rappel. Ich kann nix. anderes tragen. Wieso kann ich nix. anderes tragen? Wieso kann ich nix. anderes tragen? Warum? Chat weiß das vielleicht einer von euch. Warum kann ich jetzt diese Schwerte nicht anziehen? Nutzen. Ich kann es nicht nutzen. Warum nicht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann keine Waffen nutzen Was ist denn für ein Schmarrn, Alter? Auch die besseren Rüstungen nicht Die besseren Rüstungen nicht Die besseren Rüstungen nicht Die besseren Rüstungen nicht ich verstehe es nicht keine ahnung gemälde heimkehr instinkt spielstrahl nehmen natürlich nicht Das war's für heute. Oh, da ist ein fetter Bär. Mehrere fette Bären. Ist das mal was anderes? Ich glaube wir probieren den Bär mal. Wow, was das? Das Fliegeding treffe ich aber kaum. Wolle eine Rune. Wolle. Wolle her? Ich treffe das Ding nicht, das gibt's nicht. Gut, dann gucken wir mal weiter hier unten. Und hier Schildkröte. Das ist der Kopf der großen Libelle. Ah, wie ein Traum. Oh, da unten sind Gräber. Da gehen wir mal hin. Komm ich hier überhaupt runter? Weiß nicht, ob ich mit meinem Pferd überhaupt so weit runterhüpfen kann. Probier's mal nicht aus. Besser ist das. Ja. 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 Das ist unsere Kapitel. Besser. 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 auf jeden Fall eine seltenere Blume weil die habe ich noch nicht einmal gefunden das was hier unten alter gute Schleimpfiecher gut 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 Oha. Oha. Ganz großer. Oha. 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 Da kommen wir noch mehr. Hä? Ist die nicht gerade hingekillt? Ne. So, die stehen wieder auf. Die Schweine. So. Okay. So. 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 Vorsicht vor Gruppe. Prüfflusskatakomben. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Entschuldigung Antes, da hinten an qualcosa hatte. Doklar ist sch셔fda. Die erörte, dass Fleisch詞 kreisiung. Entschuldigung ist hier shoelig. Ein Schlüssel der Beierer ringurar. Ausab So wie kann ich jetzt Ruhe sortieren? Wie kann ich denn angelegte Objekte können nicht gelagert werden? Warum kann ich nichts anderes anziehen? Das gibt es doch nicht. Kann mir das einer sagen, warum ich nichts anderes anlegen kann, obwohl ich die Werte habe? Geht nicht. Oder kann ich nur Katanas tragen? Ah, warte mal, Ausrüstung, ne? Ah, über das Ausrüstungsmenü könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen, Rüstung, Talisman und Objekte ausrüsten. Ihr könnt bis zu drei Waffen wie Hand ausrüsten. Die Aktion jeder Waffe unterscheidet sich je nach Hand und die Waffen führt. Alter, ey, und ich bin am suchen und am suchen und am suchen. Das gibt es doch nicht, ey. Jetzt endlich, ey. Talismana habe ich nicht. Wie kann ich denn neue herstellen? Objektherstellung, kann ich nicht, ne? Aber hoffentlich irgendwann demnächst. So, kann ich jetzt mal die Waffe changen? Ah, jo. Endlich mal eine fettere Waffe. Juhu, was kommt denn auf mich zu gerannt, ey? Oh, Spinnen. Ich bin kurz erschrocken, ey. Vorsicht von hinten. Hier ist doch keiner mehr. Vorsicht, Falle. Oh, ja, da kommen sie. Uch. Was ist mit denen, ne? Oh, ja, da sind wir schon bei 18. Okay, ähm. Oh Gott, ey. Ja, jawoll. War ja noch einer, ne? Geh mal hier lang. Überraschungsangriff. Wow. 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 Moment. Wow. Ja. Wow. 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 甚. Wow. Wow. Meine Fresse, Junge. Gibt's doch nicht. Ja, wo schlägt er denn hin, Alter? Wie stresst du bei sowas, ne? Alter, Controller ist der größte Rotz, Alter. Kannst du keinem erzählen. Mach den Scheiß nicht aus. Ich hab keinen Bock mehr auf dem Controller. Aus dem Mist. Aus dem Rotz. Aus dem Rotz. Gut ist, dass ich meine Punkte ausgegeben hab vorher noch. Ich gucke mich gerade an dem Controller.